Wo muss ich hin? Wo darf ich sein? So einen Streifen hab nur ich allein, denn mit dem L ist aber schick. Der gute Kontrast, das ist sein Trick. Hallo Träger, mach was Richtiges. Ich bin ein Quadrat, ein Empfindliches. Die Sonne knallt, so heiß es mir. Das Gras es kitzelt am Rande hier. 49 Quadratmeter sind genug. Es gibt nur diesen einen Versuch. Heute wird es offenbar. Jetzt wird's gleich mein Märchen wahr. Alle schön zusammen gehen, aber bitte nicht verdrehen. Die Spannung ist kaum noch zu ertragen. Dennoch dürfen wir Leiben nicht versagen. Ja, der Kran erwarte noch. Jetzt fahren endlich die Fotografen hoch. Dann hört alle Welt, was da gewesen. Das Handy hat den QR-Code gelesen. Die Spannung ist aus